So, guten Morgen liebe Freunde. Es ist jetzt kurz vor 8 Uhr. Ich stehe hier vor meiner kleinen Pension in Porto Marien. Ich will heute nach Palast de Rai laufen. Das sind 7,5 Stunden, 24 Kilometer ungefähr. Kann ich nicht unbedingt sagen, dass ich mich darauf freue. Bin mal gespannt, was der Tag so bringt. Ich habe gestern mal nachgelesen. Die Strecke ist ähnlich, wie sie gestern war. Also eine Berg- und Talfahrt. Mehr Berge anscheinend. Und ich kann nur jedem sagen, der meint, dass Pilgern ein Sport für Weicheier ist. Sich mal einen Rucksack mit circa 12 Kilogramm auf den Rücken zu schnallen und dann 7,5 Stunden versuchen, die Berge hochzulaufen. Ich glaube, danach ist er eine andere Meinung. Gut, das Wetter ist heute ganz angenehm. Es ist noch etwas frisch. Aber das ist mir viel lieber, als wenn es schon recht warm wäre. Ich werde jetzt mal loslaufen und ich melde mich dann gegen Mittag wieder. Also, tschüss.